Das Südbringland ist seit jeher eine Region, in der es ein starkes Pendleraufkommen in die Ballungsräume Graz und Wien gibt. Dank innovativer Unternehmen entwickelt sich die Region wirtschaftlich gut und Fachkräfte sind stark gefragt. Im Rahmen der Initiative Wieder Daheimsein hebt Landtagspräsidentin Verena Dunst die vorhandenen Arbeitsplätze und Jobmöglichkeiten in der Region hervor und zeigt auf, dass es durchaus möglich ist, Wohnsitz und Arbeitsplatz im Südbringland miteinander zu verbinden. Die Firma Expleo, ein internationales IT-Beratungsunternehmen, ist derzeit auf der Suche nach Mitarbeitern. Interessierte aus der Umgebung sind besonders willkommen. Die Güssinger Standortleiterin Barbara Stoick und der Wiener Personalschef Dieter Hörlsberger berichteten über das Unternehmen. Schönen guten Tag, ich freue mich sehr heute die Medien bei uns zu begrüßen und vor allem die Landtagspräsidentin Frau Dunst. Bei uns im Büro begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Barbara Stoick, ich leite seit Beginn des Jahres hier unser Exzellenzcenter, unseren Standort in Güssing. Der Standort besteht seit 2013. Wir haben inzwischen hier 60 Mitarbeitende am Standort bei uns beschäftigt und wir sind laufend auf der Suche nach weiteren Mitarbeitenden, die gerne bei uns arbeiten möchten und Teil unseres Teams werden möchten. Das Exzellenzcenter in Güssing ist Teil eines internationalen Unternehmens, das heißt wir haben auch einen Standort in Wien. Gemeinsam in Wien sind wir ca. 180 Mitarbeitende derzeit, Tendenz stark steigend. Und eingebettet sind wir eben in ein 15.000 Mitarbeitende-Unternehmen, das in 30 Ländern der Welt tätig ist und ca. 1 Milliarde Euro Umsatz pro Jahr erwirtschaftet. Ja, auch ich möchte mich bedanken, dass die Frau Dunst da ist. Wie die Frau Stoick schon gesagt hat, wir sind ein wachsendes Unternehmen, wir sind ein internationales Unternehmen. Innerhalb von diesem Kontext bin ich, Dieter Jollsberger, verantwortlich in Österreich, für das Personal in Wien, für die Serviceentwicklung, für die Personalentwicklung, aber auch für die Personalgewinnung. Und das ist, was die Frau Stoick und mich verbindet. Wir suchen für unser Unternehmen qualifizierte, interessierte, motivierte Leute, die uns unterstützen wollen. Der internationale Kontext ist, wir sind in 30 Ländern vertreten. Der Themenschwerpunkt ist IT, Digitalisierung in unterschiedlichsten Branchen, von Banken über Versicherungen, aber genauso in der Energie und im Healthcare. In der Automativbranche sind wir stark vertreten und wir teilen im Endeffekt unsere Services in Entwicklungsservices und Qualitätsservices, wobei man in Österreich Qualitätssicherung bei Software einen großen Schwerpunkt hat. Ja, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen Gast sein darf. Vielen Dank. Sie werden sich sicher wundern, jetzt kommt die erste Frau aus dem Land daher und macht mit uns Gespräche. Warum ist das so? Weil es einfach um Südburgenland geht. Ich bin Südburgenländerin, habe die letzten 25 Jahre eigentlich viele Firmen begleitet. Mittlerweile haben wir toll entwickelte Systeme im Burgenland. Wir haben eben im Nordburgenland, in Eisenstadt, die Wirtschaft Burgenland, die bei Betriebsansiedelungen dabei ist. Wir haben auch ein sehr innovatives Projekt hier im Haus selber, im Südburgenland, hier im Technologiezentrum, wo Sie Gott sei Dank als Firma auch da sind. Das große Thema ist, dass wir eine sehr entwicklungsschwache Region sind. Ich darf zurückblättern auf 1995, da ging es darum, dass wir 1995 eigentlich das Burgenland Ziel 1 Gebiet wurde, weil es das Südburgenland gibt. Wir waren also vom BIP ungefähr so wie der Teil, der gute Teil, gut entwickelte Teil von Ungarn und nicht besser. Das war dann auch der entscheidende Faktor für die Europäische Kommission. Das wurde dementsprechend begleitet und verhandelt, dass wir viele Jahre jetzt sehr viel EU-Gelder kriegen. Wir haben uns gut entwickelt, auch das Südburgenland hat angeschlossen. Und das hat zur Folge, dass wir jetzt aber auch, und das wissen wir, wir arbeiten sehr intensiv daran, für die nächste EU-Pereole, dass wir auch hier Gelder bekommen. Aber wir haben gut aufgeschlossen, wir haben gut an Österreich angeschlossen. Und ich kann Ihnen nur sagen, das Südburgenland, insgesamt das Burgenland, hat sich sehr schwer getan. Das eigentlich schon seit 1921, aber wir haben uns unglaublich gut entwickelt und auch das Südburgenland hat angeschlossen an andere Bundesländer. Wir haben natürlich hier Regionen, wo es ein bisschen schwieriger ist. Das Land Burgenland hat aber sehr, sehr stark investiert, genau in Know-how und Begleitung von Betrieben. Wir sind die schnellsten Österreich, wenn es um Ansiedelung geht, Behördenbewege geht. Wir haben angeschlossen, wenn es um Infrastruktur geht. Wir sind gerade dabei, ein sehr großes, waren immer dabei, aber jetzt ein sehr großes Breitband-Infrastrukturpaket auf die Reise zu bringen. Gerade im Südburgenland ist das wichtig für Firmen, damit das wirklich funktioniert. Das wissen Sie am besten. Ich durfte mich schon sehr, sehr lange bei Ihnen bedanken. Nämlich, ich möchte mich persönlich bei der Frau Mag. Resetarić bedanken, die ich sehr wertschätzend persönlich kennenlernen durfte. Denn es war für die Region ganz entscheidend, dass Sie als Firma sich hier angesiedelt haben. Das war wichtig. Sie haben schon gesagt, als Chefin vor Ort, dass es ganz wichtig ist, dass hier 60 Arbeitsplätze geschaffen werden. Arbeitsplätze, die natürlich anspruchsvoll sind. Welcher Arbeitsplatz ist es nicht? Dass Sie heute aus Wien gekommen sind, weiß ich wertzuschätzen, als Personalschef Wiens. Wir sind sozusagen das Pendlerland schlechthin. Wir haben jetzt aber im Burgenland einen Rekord erreicht. Wir haben 300.000 Einwohner, dass wir das erste Mal jetzt im Frühjahr, trotz Corona, 110.000 Beschäftigte vor Ort im Burgenland beschäftigen können. Wir sind aber gerade der Südburgenland, Sie sind hier im Bezirk Güssing, nehmen aber auch Jännersdorf mit auf die Reise. Doch noch immer die Region mit der stärksten Abwanderung. Wir haben noch immer Gemeinden, die an starker Abwanderung leiden. Aber auf der anderen Seite habe ich vor zwei Jahren eine Initiative gestartet. Wenn man früher davon gesprochen hat, im Süden keinen Arbeitsplatz zu finden, überhaupt dann, wenn man auch eine gute Ausbildung mitbringt, dann muss ich klar sagen, das hat sich geändert. Mittlerweile heißt meine Initiative Wieder daheim sein. Das bedeutet, wieder daheim sein. Wir brauchen eigentlich jetzt die Menschen wieder zurück aus den Ballungsräumen, wo sie als Pendler hingefahren sind und wo sie immer hinfahren. Was wir tun können, wir haben sehr viel investiert in die Infrastruktur, Verkehr, weil die Verkehrsanbindung auch sehr, sehr schwierig war früher. Jetzt gibt es die Verkehrsanbindung besser. Wir fahren unzählige Busse in der Früh und ab Abend nach Wien, sodass wir die Tagespendler haben, mehr Tagespendler. Und nicht die Wochenpendler, die dann ganze Woche in Wien leben oder in Graz, aber vorwiegend in den letzten Jahrzehnten in Wien. Das bedeutet, das hat sich verändert. Zum einen eben die Initiative Wieder daheim sein. Ich hole selber jetzt schon auf eine eigene Initiative wieder Menschen zurück in den Süden. Und auf der anderen Seite eben, dass wir wirklich von Breitband bis Verkehrsinfrastruktur hier sehr viel vorhalten, dass die Menschen nicht weggehen. Wir haben Zuzug, der ist anders als vielleicht in anderen Räumen des Burgenlandes, vor allem Österreichs. Wir haben sehr viel Zuzug aus dem Westen, weil einfach das Wetter hier sicher vergleichbar ist mit der Toskana. Das ist keine Tunst-Statistik, sondern Statistik Austria. Wir haben an die 290, 300 Sonnentage. Es ist ganz eine andere Temperaturlage. Wir haben auch Zuzug aus der Stadt, Ballungsräume Wien, Ballungsräume aus Niederösterreich. Und wir freuen uns sehr, dass mittlerweile nicht nur Menschen aus dem Westen oder eben aus Ostösterreich, Wien, Niederösterreich kommen, wenn sie in Pension gehen, sondern schon früher hochqualifizierte Menschen, die wir sehr willkommen heißen. Wir brauchen sie auch am Arbeitsmarkt. Und ich nehme an, die Firma Explorea auch. Das ist uns wichtig. Zum Zweiten wollen wir natürlich eines, und ich sage Ihnen jetzt, dass Sie ein bisschen eine Zahl haben, immer die neueste von Statistik Austria gebracht. Die Abwanderung und die Wochenpendler sind zurückgegangen. Und trotzdem ist das Südburgenland, Oberwart, Güssing und Jenasdorf, die drei Bezirke, haben noch immer 22 Prozent Pendler, die Wochenpendler sind. Das heißt, die fahren am Sonntagabend oder eben am Montag in aller Früh nach Wien oder irgendwo anders hin. 22 Prozent ist trotzdem sehr viel. Das Mittelburgenland 18 Prozent und das Nordburgenland mit 11 Prozent. Die sind aber kaum Wochenpendler, sondern Tagespendler. Das heißt, arbeiten im Südburgenland, da versuchen wir eben mit einer klugen Wirtschaft, aber vor allem mit einer Infrastrukturpolitik dafür zu sorgen, dass wir die Menschen bei uns behalten. Ich möchte mich wirklich ganz außerordentlich bei Explorea bedanken. Sie waren genau zu einer Zeit da, wo wir versucht haben zu sagen, wir im Südburgenland haben auch Arbeitsplätze. Wir im Südburgenland haben gut qualifizierte Angebote von tollen Firmen, die sich bei uns ansiedeln. Das war so auch ein Motivationsschub und der war höchst notwendig. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass Sie mittlerweile wieder neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen suchen. Das ist sehr wichtig, weil das auch wieder so ein Signal ist, Hallo, bei uns gibt es Arbeitsplätze. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen und darf Sie vielleicht noch bitten, dass Sie sagen, wie viel in etwa und was die Voraussetzungen sind. Sehr gerne. Zuerst aber auch ein großes Dankeschön an Sie, dass Sie uns besuchen und dass Sie uns auch so herausheben. Was Sie sagen, kann ich nur bestätigen. Wir haben 2012, 2013, wie wir einen zweiten Standort in Österreich gesucht haben, uns extra auch umgeschaut nach Gegenden, die eben nicht direkt im Ballungsraum liegen. Das heißt, wir wollten eben nicht knapp raus aus Wien, sondern wir wollten wirklich wo abseits sein. Und wir haben im Burgenland bzw. im Südburgenland die wirklich besten Bedingungen vorgefunden. Sie waren sehr schnell, sie haben uns überall unterstützt. Das heißt, wir haben uns sehr willkommen gefühlt von Anfang an und tun es auch heute noch. Also vielen, vielen Dank dafür. Auch was den Verkehrsausbau betrifft, kann ich bestätigen, wir haben ab und zu Mitarbeitende, die ab und zu zu unseren Kunden nach Wien reisen, wenn sie ein neues Projekt beginnen, die Personen einmal kennenlernen oder ihre Arbeitsmaterialien übernehmen, die fahren am liebsten mit dem Bus. Also sie fahren jetzt gar nicht mehr gerne mit dem Auto, sondern die steigenden Autobusse ein, sagen, das ist sehr am einfachsten und das geht auch ganz schnell. Ja, zu unserer Mitarbeitenden-Suche. Wir suchen im Endeffekt Personen in allen Altersgruppen. Wir suchen Personen, Männer wie Frauen. Wir nehmen gerne auch Schüler und Schülerinnen von Schulen direkt auf. Da haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit der HTL Pinkerfeld, aber auch mit dem Borg in Güssing. Wir arbeiten mit dem AMS sehr eng zusammen und dem BFI. Nehmen Personen, die sich zum Beispiel in die IT umschulen, weil sie vorher aus anderen Bereichen kommen. Und auch Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen, zum Beispiel Personen, die in einer Bank oder einer Versicherung gearbeitet haben, aber auch aus den verschiedensten Bereichen. Wir haben bei X-Player eine eigene Academy. Das heißt, wir können unsere Mitarbeitenden entsprechend den Bedürfnissen, die dann unsere Kunden an sich haben, sozusagen weiterbilden und ausbilden und machen das auch sehr gerne. Wir haben, wie gesagt, derzeit 60 Mitarbeitende. Wir wollen auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres 70 Mitarbeitende haben. Allerdings sind wir dann auch noch nicht fertig. Das ist einmal so eine Kennzahl. Das heißt, wir suchen wirklich viele Leute, sozusagen. Ja, vielen Dank. Voraussetzungen eigentlich, vor allem der Wille, im IT-Bereich zu arbeiten. Ja, genau. Es ist natürlich ideal, wenn jemand schon eine Ausbildung im IT-Bereich hat. Vor allem aber ist es wichtig, das Interesse zu haben. Das Interesse, mit dem Computer arbeiten zu wollen. Vielleicht hat man sich privat schon mit dem Thema beschäftigt, hat ein bisschen was ausprobiert. Also das Interesse und die Motivation in die Richtung sind das Wichtigste. Den Rest können wir dann, je nachdem, wo die Person gerade steht, dann entsprechend weiterbilden. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, gerne behilflich. Ich möchte mich aber außerordentlich bei Ihnen auch bedanken. Sie haben im Vorjahr und ich glaube auch vor zwei Jahren sich sofort sozial engagiert. Ich finde das nicht selbstverständlich, dass eine Firma einfach über ihre soziale Kompetenz darüber hinaus auch anderen hilft. Vielen Dank dafür. Es ist nicht selbstverständlich, haben Sie gemacht. Und da waren Sie auch Vorbild. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Wir werden das auf jeden Fall weiterführen. Wir werden das auf jeden Fall weiterführen.